hallo leute die season 9 läuft schon eine weile und heute zeige ich euch eine weitere wochenzerien herausforderung nämlich besuche verschiedene schilder mit öffentlichen ankündigungen in neotilted dresser plant oder megamall wenn ihr alle herausforderungen sicher erreichen wollt dann abonniert jetzt kostenlos mein kanal ihr werdet das aber bestimmt nicht bereuen ich habe mir den ort megamall vorgenommen um die herausforderung zu lösen fünf dieser schilder müssen gefunden werden so erst mal ein bisschen utensilien besorgen um schneller voranzukommen und die truhe wird noch auch von mir aufgemacht und der inhalt mitgenommen eine drei handgranaten drei schildtränke und ein sturmgewehr so da ist ein weiteres schild erst mal hier wieder raus so hier war ich schon ja noch mal vergesst das kostenlose abo nicht da verpasst ja auch kein video mehr mit der auflösung der herausforderung und nicht vergessen die glocke aktivieren like da lassen und kommentieren hier das schild gleich um die ecke das vierte schild und noch eins fehlt mir da ist das fünfte gleich hier um die ecke und bis zum nächsten mal euer dami abonniere abonniere abonniere